So, hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Minigames auf dem LP mit Köpfe immer wieder Wir spielen wieder mal Lasertag Ich weiß, das letzte Mal habe ich komplett verkackt Aber... Komm, wir spielen es mal nochmal Na komm, ich mal Geh ich mal rein Geh mal hier rein Vier mal sechs Achso, dann lädt da mal das Texture Pack runter, wenn es so lädt Okay, das Spiel beginnt in einer Minute und Ein paar Sekunden Das werde ich auf jeden Fall wegkarten Und wir sehen uns dann Ich mach das Jump Ja Wurde ich mach das Jumpman da Okay Komm, mach mal kurz das Jumpman eine Minute lang Auch wenn das das Video mega in die Länge zieht Ach, guck mal, weißt du was Ich schneid jetzt einfach Und wir sehen uns dann gleich wieder So So, da sind wir wieder Da sind wir wieder Mitten im Match drin Ähm Achso Die sind aber, glaube ich, auch eine bessere Sichtweite Äh, Sichtweite Ja doch, Sichtweite Ja doch, Sichtweite Höah, nein, Mist So, wir sind auf jeden Fall hellgrün Ach, cool Hat er gerade ein gelber Ich weiß nicht, ob das war das Glowstone, ne Hat er gerade einer? Nein Cool Mit dieser Kanonisation oder was das ist hier Okay, das war der Glowstone Da kommt gleich jemand Fuck Fuck Wo ist der Pisha? Nice Wow Das kommt gleich von hinten, ne Nice So Da ist jetzt keiner mehr Mit Hat er gerade einer? Da ist gerade jemand gewesen Jaho Aus dieser Entfernung Okay Ach Da Da Mit Mit Und Da war gerade einer So Im Moment sieht es noch sehr gut aus Vor allem wir gewinnen auch gerade Oh, war da gerade nicht jemand? Und da ist doch vielleicht jemand Okay, da kommt gleich jemand Und Ich würde da gerade eine Granate drauf werfen Kommt glaube ich nicht, ne Kommt glaube ich nicht, ne Ach man Mach ich sowieso Blaue Granaten Hüah! Nein! Ich gehe irgendwie auch nur auf Team Gelb, ne Team Gelb sind einfach so die schlechtesten Was ist denn What the heck What the heck Is going on there? Nein! Der hat mich noch getroffen Wow Guck mal wer da wieder ist So Guck mal wer da wieder war Zehn Kills vor des Nice So So Das ist gleich wieder so ein Sniper Ein Sniper Bisser Hab ich gerade Oh gut, ich hab Speed bekommen Nice Das ist auch sehr nice So Oh Hahahaha Oh cool, ich hab einen Stern Nice Ich hab einen Stern Das bedeutet Das bedeutet Das bedeutet Das bedeutet Hüah! Okay Das war ganz nice grad Okay Das war ganz nice grad So Da lugt er noch hervor Und versucht mich zu killen So Diese Runde macht mir auch richtig Bock Das letzte Mal hab ich ja mega verkackt Einfach! Das war glaube ich gerade ein Double Kick Die letzte Runde hab ich gerade Äh, die letzte Das letzte Mal Letzte Folge hab ich ja mega verkackt Einfach Das war echt Fail Aber komm Diesmal war ich besser Sieht man ja auf jeden Fall Wack Ja, das sieht man auf jeden Fall Gucken wir da noch was Ach man Ich hätte den noch gekriegt, ne? Hüah! Hüah! Mhm Mist Da ist auf jeden Fall noch Hüah! Hüah! Alter, ich sterb hier Okay, jetzt sterb ich echt nur noch in, äh, Reihe, ne? Jetzt bin ich eigentlich relativ schlecht Hüah! 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 Ja, bald Bald hole ich meine Kills auf mit meinen Toden, ey! Hüah! Hüah! Oh, wer da gerade war... Hm... Was? Ich hatte nur eine? Ja, okay. Ja, wenigstens habe ich schon 18 Kills. Mist. Das war, glaube ich, eine Ender-Perle, ne? Der Super Mario. Arg. So. 3, 2, 1, Team Green won the game. Anion. So. Boah. So. Und ich würde noch sagen, das war es dann mit dieser Folge, Schrägstrich mit dieser Runde. Charlotte, wir sehen uns. Bye, bye und... Tschau. Tschau.